ja willkommen mein namen ist dann die röpe und sprüße euch zurück zu let's play king der markt 2 final mix in der letzten folge haben wir gegen diesen komischen weißen riesigen boss gekämpft dessen namen jetzt auch gar nicht einfällt und ja doch ich glaube twilight dawn heißt er glaube ich ne passt sogar schatten bohren twilight dorn wo irgendwie so heißt er glaube ich und ja welch mal nach oben bevor ich den partner ende und ja in der letzten folge habe ich gerade gesagt mein gott wir sind hier im struggle turnier wir müssen das falle turnier gewinnen damit war unsere fahrt zum meer finanzieren können dafür müssen wir gegnern die kugeln abnehmen indem wir die kaputt kreppel ungefähr so hatte ich nicht zurück okay der typ ist echt aus dass mit dem ich umbringen wollen mit den augen durch meinen kassen von denen an wird also lange kann es losgehen ich hoffe du hast eifrig mit jemanden geübt ich bin bereit es kann losgehen die behalt gegen eine anzutreten der kämpfe gegen eine ja aber warte mal weg aber ein nämlich reflektor ausgerüstet oder die neue fähigkeit hallo das funktioniert ich warte mal keine ich Du musst nicht lernen, dass du mir das alles loslässt. Ich habe viel in meiner Meinung. Sorry, Mann. Warte, was für mich bin ich sorry? Unsere erste Mannschaft in diesem Stuttgart-Tournament wird zwischen Roxas und seinem besten Freund, Heiner. Das stört mich. Das muss ich nachholen. Nach diesem Kampf. Die Regeln müssen wir nicht erklären. Die letzten zwei Minuten. Boah! Ich klopke dich kaputt. Ich gewinne. Du kannst das wagen. Das ist mal irgendwie. Hey! Der ist doch absichtlich eingekassiert. Wird viel besser klappen, wenn ich Reflekte hätte. Also wie soll es wäre natürlich schwer bis jetzt. Soll ich dabei erstmal das ja alles rein. Meine Kugel. Das ist es meins. Was nicht meins ist, ist auch meins. Ja. Ich habe irgendwie so eine Geburt gehabt. Ich habe hier alle... Nein... 193... Was? Ich bin mir jetzt schon ein blödes Turnier. Ich habe den Gegner einfach kaputt zu haben. Das war ein kaputt. Und Kugeln sammeln. Gott, ehrlich? Der Klang sehr herzlos. Scheiß auf Freundschaft, ich gewinne ihr. Wir finden einen Weg, um dich aufzuhören. Nein, das ist alles gut. Aus der Weg. Du in die Runde zu verlieren? Okay. Äh. 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 Woh! Schau mal an, die Sparke fliegen. Ich glaube, Cypher nicht erwartet, einen von seinen eigenen Jungen zu kämpfen. Woh! 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 Was mash! Was weine cool. Wir sind nicht wert! Woh! Woh! Wie übers steht.. Wir 친-lo难! Aber... der Winner ist flame- responsivisch! Ein weeks-loser in einem positiven hurtigsten Tastet. Geh zurück! Das ist ein Baby! Hä? Thrash ihn! eine schwarze ja auch nicht immer ein augen geld nein ok dreck war ja erst mal das reflektor ja effektor und führung gegner schatten zu parieren und reflektieren die zwei lahm aus ist aber sehr nützlich nächster kampf ohne zu speichern ja komm das zeitverschneider bist du bereit aber sicher ich bin bereit es kann losgehen ich habe doch locker ich habe keine items zu meinen tippen allein hier sind du musst du mir das ding zu geben kann das meine fenster 9 übrigens habe ich gesagt das von der truppe ist aus kein feld sie acht aber man hört irgendwie aus feindfelsen selbst mal shadow ursprünglich vorkommen dieser ninja also sage ich schon wieder shadow aus feindfelsen 600 lang ursprünglich in die spiel vorkommen aber wird dann rausgenommen irgendwann glaube ich dann verlieren gar keine die kugel ein noch mal weiter das ist zu wenig zu wenig aber trotzdem kein problem alles ein reflektor reflektor mein gott ich habe ich wieder sprach heute verlangen da schon wieder jemand der world eingesetzt die muss hier irgendwo in der nähe sein ich muss noch einen absatz der nämlich sehr praktisch da wollte sie ja die mysteriösen gegner ist ja wie es läuft oh mein gott das war gerade verloren anders kraft ap brauche ich jetzt noch nicht ich möchte mal items der färber sehr gut das zeigt hier ein ps 3 so abgängigen seize man gab zwei typen die genaue den schaussagen und auf einer seite das auch schon wieder einer da kommt mein winterhund rechts neben boxers da links ist auch einer so vier stück fünf stück aber auch schon wieder übrigens war sein name was mich aber verwirrt ist warum haben die sich im dings gesehen im ending von schade of memories was going number thirteen rox's the key blades chosen one ok ich vermisse irgendwie exzels deutsche stimme sie gleich schnell von zauro aus von kies ist aber ja die musik kennen wir übrigens auch schäle memories das werde ich oft sagen das kennen wir noch ich kann es mir nicht leisten und schlecht dazustehe ich habe keine potions und so ich dachte ich hätte mich getroffen das war einfach zu sitzen wir kämpfen ja gerade mit feuer und magie und so und ich das ist ein schwert dürfte ich gar nicht gewinnen ja also die blöde ziemlich reflektiert kann der dreck anreißen der wohl analyse sehr gut ich habe sogar hier bekommen im letzten kampf sehr gut das ist keine auslösen sehr gut so es war abgelehnt Der Mann spricht nonsens. Ruxus, nicht ihn zu schweigen. Ruxus! 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 Hint! Olet! Hint! Hint! Olet! Hint! 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 Ladies and gentlemen, Ruxus, our new top Struggler! ok im hintergrund nachguckt ist ein typ zu sehen der fünfmal aufgetauscht ist im hintergrund wenn ich da nicht hätte mich ein lied von dem einfügen können fall wenn sie sechste quatsch als falsche log oder lockt oder wie auch immer der ausgesprochen wird genau also du ja bloß ich habe nicht gesehen was du abgezogen hast hier mal da einmal da einmal da dann zweimal da durch das nicht gemerkt hätte hallo abilities zeigt mal analyse der kasse 2 die aktuellen hp stand das ziel speichern war weil der kampf könnte vielleicht ein bisschen schwer werden also nicht so komischen plätzen gespeichert habe weil ich ganz unten und ganz oben habe ich spielstände und ich möchte nicht spoilern deswegen und sich ja einfach irgendwo mittendrin speichern bei 90 und 91 am ende ganz am ende spiel jetzt kann ich ja mal ja das spiel stellen hier mal zeigen ja 20 hat irgendwie vor jedem wichtigen story kampf oder so habe ich ein spielstand oder so gemacht optionalen kampf kräfte wir sind ein wenig so wie eine münze zu werfen das ist ein guten kampf auszahlen ja feld gelassen versteht sich war ich muss so riesen bei den kampf muss man nicht gewinnen aber man bekommt auch ich einen einstartigen ausgesagt geht aber ich muss niesen also raus nee ok da doch 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 nicht mal kann losgehen aber hilfe ich glaube wenn man ich glaube wenn man verliert kriegt man glaube ich sogar ein besseres gegenstand ich weiß es nicht ich weiß es nicht ja da war schon wieder jetzt die zweimal da sind auch schon wieder zwei von denen da auch der typ ist überall in den deutschen kommen irgendwie sie gibt mir auch irgendwie so eine Münze mehr verteidigte und auch immer ich für richtig halte ist falsch das ist ja schon wieder falsch also bin ich nicht mehr also seiner p rechts und schneller ist die karten weil eine dartpfeiler und so ausrüsten soll so ein schläger kann es noch nicht umgehen das ist wagen ich heute mal kaputt da war es gleich mal einsam von mir ich bin doch hier locker ist der mir viel mit einsam ab ja nur ich kann kontern hallo gewonnen Zielverteidiger klick mal wieder mit dem Luftschiff da kann es glaube ich besser roxys 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 ro wir an johnny depp forscher ich bin der stemm geil war champion wo er die feuer eis und blitz resistenz merke ich für kristall koffe sie sie ist mit vier kristall verziert feuer wind wasser er das anstieg und feind werden sie hat weg seit weil sie nicht wie als 2 immer mit zehn jahren ich sogar älter mit hat jetzt erst aufgefallen und ich spiele schon mein leben lang feindelt sie die extremen wertvollen salar fahrt werfen er ist ein verhafter fahrrad und wegen eisgänken gestorben auf dem boden lag und da mein bekanntes gesicht ich mich und 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 nicht nicht ich hin ich ich Awww, warum nicht? Der Island ist die Insel. Er war auf der Insel. Ich habe noch nie... Ich habe noch nie gesehen, dass irgendwie... Keine Ahnung, die Insel ist irgendwie aus, als wäre so ein Kilometer weit entfernt gewesen. Viel länger, meine ich. Mir hat man nie eine Stadt gesehen von der Insel aus. Aber okay. Das hat ja nichts. Entschuldigung. Ich weiß dich. Du bist die Frau, die sie lieben. Wer? Bitte, ein Name. Ich bin Roxas. Okay, Roxas. Aber kannst du mir sagen, seine Name? Du kennst nicht meinen Namen? Vielen Dank, Kairi. Huh? Okay. Ich glaube, ich kann dir eine Hand geben. Starts mit einem S. Genau, was meine ich. Die Stimmen, die klingen jetzt... Viele erwachsen, obwohl... Äh... Ne, da muss ich den Mut halten. Okay. Are you okay? Seien nur Standard zu sein, dass hier jeder irgendwie in Ohnmacht fällt. Ja, so Routine irgendwie in dem Spiel. Bis jetzt. Die Augen von allen Charakteren finde ich ein bisschen creepy. Die habe ich nicht so in Erinnerung. Die sind irgendwie zu detailliert für mich. Die sehen irgendwie ein bisschen gruselig aus an manchen Stellen. Das ist bei Kairi nicht unbedingt, aber bei Selfie irgendwie. Die sind die... Für mich selbst war dieses Video. Eine Fischung. Ich habe weg昨 Sonne angerufen zum Typ. Ich weiß kein Typ. Ich sagte, dass irgendwo ein Typ ist oder wo er ist, ich ihn will finden. Ein Tag. Und wenn ich zu uns schreiben... Ich erinnere mich, dass wir eine Werte erhältst. Das ist etwas wichtiges. Das Wort ist, wo es beginnt. Ich weiß es. Wow! Ich hoffe, dass er es bekommt. Er wird. Es beginnt mit einem S. Genau, Zora? Das kann man auch zu Ende sein und der Speicherpunkt kommt. Der Part ist schon 25 Minuten lang. Das ist schon viel zu lang. Das kann ja gar nicht mehr kommen. Mit Blenden, meine ich. Der hat schon wieder eingesteckt. Was ist das? Naminé mit Roxas hat seine Herz in Kontakt mit Kailis. Und das, in turn, hat S.O.R.A. Siehst du? Naminé. Sie ist ein Wunder. Sie wurde nicht geboren wie andere Menschen. Sie kann mit den Herz und den Erinnerungen von S.O.R.A. und mit ihnen. mit ihnen. Aber wer ist sie? Ich könnte dir sagen. Aber erst einmal, vielleicht kannst du mir sagen, dein echte Name. Es ist Ansel. Da haben wir uns so viel Mühe gegeben, den aus dem Weg zu rein in Chain of Memories. Dann ist der Passant schon wieder da. Und noch mehr kann sie sein. Nein, nein, nein. Es ist zu schnell. Du kannst ihn wirklich nicht wegschrauben. Es ist ein Wunder. Warum hast du dich nicht gehalten? Du hast du nicht gewaltt, gegen die, die sich zurückgezogen haben, und die Organisation. Aber das ist nicht so. Er hat uns nicht verraten. Er kann nicht zurückkommen. Er kann nicht zurückkommen. Wenn er nicht zurückkommt, du wirst, du wirst, nicht zurückkommt. Oder du wirst, du wirst, wirst du, wirst du, wirst du. Bis zum nächsten Mal. Was ist es gemacht? Dann wird mich auf eine Nacht. es wurde noch der rest der organisation ich will das irgendwie nicht so oft sagen ich tue es aber der fünfte tag okay gebe er mir einen speichern auf dass ich meinen fortschritt speichern kann in einen anderen tag fortzusetzen 3d left of summer vacation so don't even mention that assignment but we agreed we get it finished today yesterday I fell off the station tower didn't I you wouldn't be here if you did man that was close one stop changing the subject okay already you win do the homework stupid independent study so anybody got any bright ideas for a topic maybe we can study the stuff that's happening to me you know the dreams the guys in white forget it what you know things have been weird with you in the town since the photos are stolen right well tomorrow we're all gonna search the town and find out what's been going on lots of people are helping out all that for me i'll go get some ice cream ich glaube ich werde den party in zwei teile schneiden weil ich will schon mal 30 minuten ich glaube da kommt noch eine menge da macht zurzeit dieses seltsame kriegt die wunde bei der ich kenne doch die treppe am abendrot bahnhof wir müssen jedoch andauern ungroß darüber nachzudenken aber und das ist das seltsame daran anzahl stufen ist unterschiedlich je nachdem ob man auf darunter geht im ernst es gibt noch sechs andere mysteriöse geschichten wie diese die sieben wundervolle teilen weil wir sollten für unseren auftritt etwas darüber auskennen kennst du bis ein genie vielleicht machen ja noch mehr solche richtigen runde mit allem zum nächsten auf ich mache mich auf die suche nach den sieben wohnen werden und ich höre uns nach neuen grüchten komm mal nicht bleiben dann doch wir zwei übrig ob das auf dem bahn mit dem zug ins abendrot vierte da soll ich doch hier ich glaube ich kann ja doch binden oder dort weiß mehr nein okay dann würde ich sagen der pan schon ein bisschen zu lang gegangen und wir können den park wenden ja gut ist man das aus dann wenn ich jetzt hier den part ein bisschen länger gedauert hat wenn wir hat euch gefallen wenn ja dann hinterlasst ein abo like kommentar dislike was weiß ich wenn man schlicht nachrichten glückwünsche was weiß ich irgendwas dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten folge der king immer zwei feine max ich bedanke mich alle fürs zuschauen und sagt tschüss bis zur nächsten folge